Kann ich hier hinten? Hier war ich auch noch nie. Das ist mir auch was Neues hier. Hä? Die Menschen kommen hier ja sonst vorher. Die kommen aus dem Himmel. Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Weg eines Noobs. Es ist weiterhin Samstagnacht und mir ist warm. Und ich bin eigentlich noch immer recht müde. Ich nehme mal wieder einen Schluck von meinem Energydrink. So. Und nun geht es hier richtig schön los mit ein bisschen Action. Denn ich muss für meine PP19, für meine PP19, muss ich noch ein bisschen was freischalten, würde ich sagen. Das ist jetzt so meine Mission hier. Karten mischen. Ich steige mal aus und gehe einfach mal hier an der Seite durch. So mal eben hier vorbeischlängeln. Ja, nein. Ja, wunderbar. Läuft sauber. Weiter so. Schön. Da juckt direkt auch mal meine Nase. Das ist immer ein Indiz dafür. Das, äh... Wo? Bäh? Uah. Zivir ist angebracht. Oh. Nein. Huah. 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 Das muss doch ein Kopftrecher sein. Wieso ist denn das Kontrollkör? Huah. Hat er sich selbst getötet oder hat er sich selbst getötet? Wir haben das Eis am Ziel vor Ort. Huah. Over. Danke, Manni. Ich schulde dir was. Ist er tot? Er ist tot. Sag ich jetzt einfach mal so. Geht doch gerade... Geht doch gerade... In den Hinden? Ich bin fast tot. Huah. Huah. Er hat mich so schön in der Kiste versteckt. Wie, wat weitermachen? Ne Map oder wat? Äh, äh... Jetzt muss ich mich mal gerade, äh... Abchecken hier. So. Dann macht mal jetzt hier... Chanel. Wir machen einen Cut, wa? So, da sind wir wieder hier bei, äh, ne? Wo sind wir? Auf welcher Map sind wir? Wir sind hier auf der Map. Ich fahre dann einfach mal, ne, Jungs? Ja, komm, dann steck mal ihn jetzt hier. Mädels. So. Hä? Die ganzen, äh... Fahrzeuge fahren durch mich durch. Was ist denn da los? Das sind hier so Regionen, in denen ich noch nie war. Auf jeden Fall bin ich schon mal einen Umweg gefahren. Das ist schon mal schön. Kann ich hier durchfahren? Das ist doch nur Holz, ne? Oder Metall. So, ich fahre einfach mal von hinten ran. Vielleicht macht das ja Sinn. Ups. 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 Das Eifersziel wurde neutralisiert. Au revoir. Uuh. Uah. Hilfe! Hilfe! Weg da! Ich werde hier... Okay. Du gehst schon nach oben, da muss ich eigentlich hinterherlaufen, denke ich mal. Hallo? Ah, ne. Von da kommen wir ja. Hehe. Durch die Zäune da kann ich nicht durchschießen, oder wat? Du, 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 zick. Du, 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 du. Pieks. Heee. Vorwärts, vorwärts. Wir dürfen. Hipp. Mann, müssen die so blenden da? Oh, Mann. Das sieht ja aus wie, wie ne, wie ne Ameisen, äh, Bande da unten. Hab gerade nen feindlichen Panzergesicht, over. Uuuh. Ich warte mal kurz hier. Ich hab ja nur noch 30%, ne? Da soll man dann ja vielleicht... Oh, danke. Hei, 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 hei. Hei, 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 hei. Mann. Mann. Au. Nein. Wieso hockt denn da... Jemand. Zwei. Danke. Huah, huah. Huah. Ich. Bah. Hä? Achso. Achso. Der ist tötet. Der war nicht. Ach, verdammt. Vielleicht hätte ich den da hinten ja noch getötet, wenn ich den hier vorne einfach machen hätte, machen lassen. Machen hätte, lassen, 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 machen hätte. Hätte, 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 hätte. E-M-Track. E-M-Track. Gib ihm. Ich gehe da mal zu Fuß Nichts gegen deine Fahrkünste, aber Okay, das ist dann doch ein bisschen zu weit weg Aber nur minimal Oh, vielen Dank Hä? Was war das denn gerade? Was war denn das? Oh, was war denn das? Wo eine Schwester drin ist und so Da frage ich mich immer Sind das wirklich Frauen, die da spielen Oder sind das einfach nur Männer Die versuchen Die extra sich einen weiblichen Namen geben Damit man sich noch mehr ärgert Da man von einer Frau getötet wurde Ich sehe dich Mein Freund Ich weiß, du willst von hinten kommen Ich bin Sanitäter Brauchst du eben Lauf Komm schon Messer Mit Messer Verdammt Verdammt Aber nett, dass du Dass du da extra gewartet hast Eigentlich Damit ich hätte messern können Aber gut Man kann ja nun auch nicht alles haben Oh, nein Ich hatte gedacht Da wäre keiner mehr Hallo Oh, nein Uah Hm So, jetzt hier kein Schaden Kein So Ganz langsam Den Berghang Entrunter Geslidet Beziehungsweise Den Felsen Elegant Sehr elegant So Hier nochmal Oh, nein Ich habe schon gedacht Ich darf noch gar nicht hier weiterlaufen Ich sprinte einfach mal ganz kurz Ganz dezent hier rüber Und dann hier Auf der anderen Seite entfangen Holla die Waldfee Hier ist aber gerade was kaputt gegangen Glaube ich Hallo Pst Das ist schon lustig Nein 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 Ich habe so glorreiche Gedanken immer Und denke mir Oh, jetzt könnten so lustige Sachen Und dann Nee Sagt der Gegner Da ist doch noch jemand Oh Oh C4 Cool Na Der muss doch hier unten irgendwo stehen Oder Ja So Rache Hallo Nein Ihr lebt alle nicht Aber der M-Trick ist da Äh. So. So. Wie treffe ich den? Ach, da. Da bist du ja, mein Freund. Wo ist denn hin? Da ist schon mal der Tank. Was ist denn hier los, Mann? Was war das denn? Wieso wurde ich denn so zur Seite gezogen? Meine Fresse. Hallo? So. Oh, da wollte ich mal was sagen. Der ist dann aber wohl direkt mal ins Elysium geschickt worden. Kann passieren. Soll vorkommen. Im Krieg. Die Lage checken. Ja. Ist natürlich klar, dass ich zuerst sterbe. Ich bin sogar ein Mensch. Ich bin sogar ein menschliches Schutzschild, wenn ich hinter den Leuten bin. Ist gut, ne? Hier. Wo? Wo ist denn der? Kann ich hier hinten? Hier war ich auch noch nie. Das ist mir auch was Neues hier. Hä? Die Menschen kommen hier ja sonst vorher? Die kommen aus dem Himmel? Nein, wieso stürbst du denn jetzt? Verdammt, jetzt soll ich mich verraten. Hilfe bei Kill 96. Cool. Danke. Oh nein. Oh ja. Hangover. Da höre ich schon ganz leise. Die Kapelle stimmt schon. Ihre, ähm... Seiten. Es zupfen schon mal die ersten... Seiten. Und... Der Drummer, der ist schon so... Streicht leise über seine Snare. Ganz dezent. So, hallo? Hier ist jemand, oder was? Ja. Hinweis verstanden? Verdammt, ich hab das Licht gesehen. Aber irgendwie sprintet man nicht instant los. Ich brauch da immer so... Mh... Ja, okay. Jetzt los oder nicht? Ähm... Alles klar, ich laufe. Ach nee, Scheiße. Kann ich ja gar nicht mehr, weil ich bin ja tot. Das dauert einfach... Da. Da. Mann. 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 Mh... 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 Hm. Kopfdino. Sniper Tod, tot Psst Hey, wer geht da? Verdammt Verdammt Ich bin einfach zu dick gewesen Beziehungsweise ich hab zu sehr Hinter dem Pfahl Hervorgeschaut Zack Winn, das war ein Schöner Abend, was die Bilanz angeht Auch ich hab nicht teilweise Manchmal ab und zu hab ich nicht ganz schlecht Gespielt, insofern bin ich recht Zufrieden, wenn wir es jetzt Noch hinbekommen, dass die Matches richtig schön Spannend sind, dann bin Ich, ja, dann bin ich voll auf Eurer Seite, aber der Server Ist schon eine gute Sache, auf jeden Fall Weil da werden dann ja hauptsächlich So die, so wir, sag ich mal Wir, meine lieben Leute Werden einander spielen Und das finde ich schön Das ist total toll Dass wir uns gefunden haben Und das wissen nicht einfach eine gute Idee